Halli und hallo meine lieben Freunde, willkommen zur nächsten Folge von The White Lens und mit den lieben Sylens. Hallöchen. Mit den lieben Lemon Freak. Hallo. Und mit dem lieben Blood. Hallo. Kommst du? Mit dem lieben Blood. Ja. Ja? Wuchte, komm. Wookie. Wookie war noch im Gebüsch. Wookie. Wookie war noch im Gebüsch. Wookie. Pack dein Ästlein richtig ein. Hopp. Nicht das Gebüsch. Jetzt komm rein. Ich bin drin. Häh? Du Glitch bei uns wieder. Steig nochmal wieder aus. Hey, der läuft uns hinterher. Und steig nochmal ein. Hä? Jetzt bin ich drin. Bei uns nicht. Guck, 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 guck auf. Bei uns läufst du hinter uns her. Na los, komm Fahrt Jenny, wenn er drin ist. Okay. Hey, guck mal, der läuft uns hinterher. Guck mal. Ja, mein Hündchen. Wo fährst du hin? Keine Ahnung. Wohin wollen wir denn? Nach A? Ja. Guck mal, der läuft uns hinterher. Der sieht so süß aus. Gib doch jetzt Gas. Okay. Du hast auch ne Handbremse. Achso, ich soll die auch verwenden. Okay. Die Frage, du musst mir nur ansagen, wo wir hin müssen jetzt. Ja, geradeaus weiter. Also bei mir läuft uns Platz immer noch hinterher. Ja, bei mir auch. Hä? Bei mir nicht. Ja, der muss Platz gegebenenfalls gleich mal wieder re-connecten. Ja, das ist kein Problem. Und jetzt? Geradeaus weiter, was verstehst du nicht darunter? Wie bei der Fahrschule, wenn nichts anderes gesagt, dem Straßenverlauf folgen. Das schafft's ja nicht. Was war das denn jetzt? Ich hab eigentlich zu viele... Hat das von mir aufgetaucht? Nein, ich hab zu viele zivile Opfer. Du bist rausgesch... Das ist jetzt ausgehopft. Warum rede ich eigentlich überhaupt? Er ist nicht rausgehüpft. Er hat einfach gesagt, er hat zu viele zivile Opfer. Ja. Warum fährst du weiter, blöde Penny? Wie weit ist Tobi entfernt? Ladebittschirm. Achso, ja. Zwei Kilometer. Von uns? Ja. Habt ihr die Granate gesehen? Nein. Lol. Boah, ich hab glaub ich den langsamsten Wagen, den es gibt. Buki, Koffer rum. Aber du darfst gerne das Ding noch mitnehmen kurz. Hab ich schon. Was ist bei mir noch da? Toll. Ja, wir müssen gleich mal einmal reconnecten. Warte. Bist du drin, oder? Ja, ich bin drin. Okay. Hä? Was? Ja, meine Güte! Was ist denn Jenny? Ich hab jetzt aus Versehen meine AK weggetauscht. Was? Ja. Wo bist du überhaupt? Hast du es jetzt bekommen, die Munitionskiste? Nein. Ist egal. Wer fährt das Auto? Ich fahre grad. Das Auto, wo wir drin sind, Lemon und ich? Nein. Nein. Das sitzt halt einfach keiner drin bei mir. Wir sind ja auch schon da grad. Das Auto fährt alleine dann hin. Nein. 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 Ich brauch den Gartentor. Das Gartentor. Nein, ein Gartentor. Ich hab ne Granate geschmissen. Aber komisch, war die Tür jetzt aufgetreten, oder nicht? Bitte? War die Tür jetzt schon auf, oder nicht? Welche Tür? Die hier am Boden liegt. Da liegt bei mir keine. Da war eigentlich ne Tür drin, die hab ich hier aufgetreten. Ähm. Okay. Blood, äh, Lemon, kommst du her? Warum? Hast du es eingesammelt, die Waffe? Ja. Achso. Lass mal mit dem Heli fliegen. Ja, bitte. Geht ein bisschen schneller. Hä? Wieso bist du tot? Jetzt sollte ich noch neu connecten. Lass mich liegen. Hä, wie? Die Granate fliegt. Ich muss doch einfach nur einmal sterben, damit ich Neues vor kann. Das ist Lemon da drinnen. Das ist Lemon da drinnen. Ich wollt's. Okay, komm runter drunter. Da runter, nicht hoch. Geht jetzt schneller, als wenn ich mich ausconnecte und wieder neu connecte. Ja. Und wo auch immer jetzt Mike ist. Bei dir im Hegel leben, sicher. Tch. Ja, ganz ehrlich. Lemon, bring mich auf. Äh. Nein, bei mir nicht. Bei mir ist er halt einfach im Auto und brennt. Bei mir auch. Also warte dann, ich war nicht so falsch. Du musst dich einfach ver- ah ne, kannst du den nicht. Alter. Ja. Unter uns ist irgendjemand gespawnt. Und das kann ja wirklich sein. Jetzt ist die Frage, ob wir dich jetzt nur richtig sehen. Oder Lemon. Ne, ne, Lemon ist ja erst raus. Jetzt ist er beigetreten. Moment, ich fahre. Hauptsache... Hast du jetzt ernsthaft grad gesagt, dich lass ich auf keinen Fall fahren? Nein. Also dein Charakter. Hör mal. Oder leg dich mal hin. Ah. Überfahre mich doch nicht. Zu spät. Steig ein. Okay. Steig ein. Blatt. Kannst du bitte den Stein mal anders t-bingen? Haha. Ja, du musst richtig connecten, du bist nicht eingestiegen bei uns. Du lässt uns wieder hinterher. Ah. Umgelegt. Wie schön. Ist es Whitelands zu spielen mit den Bugs? Schön. So schön. Nein, sowas von nett. Das ist etwas nervig. Aber die meisten Multiplayer-Spiele, oder viele der Multiplayer-Spiele von Only Ubisoft sind verpackt. Ich sag allein nur UNO. Oh. Ja, und du ballerst natürlich drauf. Ja, auf mich wird geschossen. Ich seh's halt nicht von oben. Tschüss. Klick oben auf dem Turm. Mike, steck mal aus. Auf dem Turm. Kläger auf dem Turm. Tja, lalalalala. Warum? Also da. Dankeschön. Wollst du mich verbluten lassen? Ups, ich habe einen Zivilist getötet. Chen. Ich bin Purser, bitte bestraf mich nicht. Nein. Ich mag das gar nicht, wenn du Jennifer sagst. Jennifer. Ich weiß, Jennifer. Mann, Schatz, bitte lass das. Was denn, Jennifer? Hast du für Angst, dass du sowas angestellt hast, Jennifer? So dezent. Äh, Blacky, wo bist du? Er hat jetzt noch gar wahrscheinlich weg. Ah, okay. Du bist noch ein Stück weg. Jennifer, was ist denn? Was ist denn? Was möchten sie? Was ich möchte? Dir. Lieb immer. Irgendwann kannst du bitte runterfahren. Hallo, wir wollen euch steigen. Oha. Aua. Ja, das war doch nicht. Ähm. Dein Ernst? Du hast mit der Drohne den Heli kaputt gemacht. Nein, er ist reingebreitert. Nein. Er ist reingebreitert. Durch die Heli ist, durch, durch die Drohne ist der Heli erst kaputt gegangen. Nee. Moped. Ich werde überleben. Ich werde die gleichen Gedanken haben. Okay. Äh, was? Und sollten wir Mike sagen, dass wir in die andere Richtung wollen? Nein. Ich habe einen Gepäckraum. Raus aus dem Auto. Sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Wookie? Wookie? Wookie kommt. Ähm. Ich habe Angst. Wookie, ich habe dann zu Hause wieder. Ähm. Wookie will nicht zu Hause sein. Guck mal, ich habe das goldene Fahrzeug wieder. Oh, weg hier. Wo wollen wir hin? Nach A? Ja. Mir nach. Gut. Weg hier. Die hat wieder ihr... Hallo? Hallo. Hallo? Blood? Ich glaube, da ist jemand ausgetimt. Mike? Google out. Ja. Ah, okay. Mike ist noch da. Wahrscheinlich schreibt dir gleich ein WhatsApp. Scheißanbieter wieder. Wahrscheinlich ist der Internet abgeraucht gerade bei ihm. Ja gut, wir können dann gleich mal eine Pause machen. Dann gehe ich nochmal schnell einkaufen. Du auch. Ich einkaufen? Ja. Guck auf die Uhr. Ja und? Und wo soll ich einkaufen gehen? Hauptbahnhof. Hä? Nein. Warum nicht? Das kann ich auch morgen einkaufen gehen, das Zeug. Nein. Doch. Das geht nicht. Ich bin tot. Wollen wir das Tier 1 nicht lieber ausmachen? Ne. Ich finde es so spannender und wir sterben zwar öfters, aber ich finde es spannender. Wow. Okay, ich bin tot. Sicher, dass wir es nicht ändern wollen? Ja. Da ist er weg. Jetzt ist er weg. Hä? Er hat mich wiederbelebt. Lämmen? Ja, am besten auch Bescheid sagen. Ja. Tod. Ja, warte, ich hole dich. Oh. Ah, ich bin so richtig down. Wollen wir eine kürzere Folge eben machen? Ja, dann machen wir halt eine kürzere Folge, so schlimm ist es nicht. Lass mich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Cheerio. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.